Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Was solltet ihr ab? Yo, da wird geballert wie blöd und Mario, der steht einfach nur da rum. Und wartet. Okay, das ist aber echt mal gruselig. Wie jetzt aus Schweintrauben, was ist hier los? Das ist so nice! Was geht mit ihnen, Alter? Erinnert leicht an Devil May Cry. Ja, genau so stelle ich mir das auf der Switch vor. Das gibt sich wirklich für Switch. Weil genau so stelle ich mir das vorläuft, Sau. Weil der Untertitel kommt schon, bevor er was sagt. Nintendo Switch 2. Exploding in Stores near you soon. Nintendo Switch Express. Ey, ich hoffe aber so sehr, wenn es eine Switch 2 wird. Es kann ja auch was ganz anderes werden. Nintendo hält sich halt dessen noch zurück. Das heißt, ja bloß eine neue Konsole wird kommen, nicht was für eine. Ich hoffe wirklich, dass sie diesmal sowas wie Trophäen mit einbauen. Weil was das angeht, ist Nintendo sehr, sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Ist wohl jetzt nicht tragisch, aber ich sammle sie einfach gern. Ich finde es auch schade, dass jetzt... Also ich finde es gut, dass jetzt Timesplitters 1, 2 und 3 für Playstation 5 kam und PS4. Aber es gibt keine Trophäen. Das finde ich ein bisschen schade. Und es gibt keine deutschen Stimmen. Weil ich fand beim dritten Teil zum Beispiel die deutsche Stimme von Cortez immer übelst geil. Jetzt einfach so krass. Ich muss sagen, die hat besser zu denen gepasst, die deutsche Stimme, als die englische Stimme. To the Nintendo to attempt to use as few colors as possible. So they had to find a color. Will you guys please stop insisting that they use some other kind of chroma key, because they didn't be aimed. Thank you for sharing such a powerful story. Also mehr Respekt, aber ey, das war so mies. Ich hab dann immer Leute gekillt und das Geld genommen. Geht übrigens nur bei der 18er Version. Das muss ich probieren. Ich kann gut nachvollziehen, warum dies... Ja, war ja kein... Ja, hier ist alles mies. Okay, ich kann ihm vorstellen, warum das illegal ist. So eigentlich illegale Mies? Ja, warte mal. Mario hier hat auch illegale Nintendo Mies. Wunderbar, Alter, was? Woh, oh, 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 oh. Du brauchst echt bloß bei GTA ein Auto berühren, ein Polizeiauto oder das Polizeiauto dich und du hast schon 100 Sterne. Das ist unfair. Denk an das, ich war helfen mit dem Flugtraffekt. Wie hast du den Namen von diesem Pokémon? Wie ist das Luigi? Kannst du ihn nennen? Hä, hat den nicht gerade von Pokémon gesprochen und er sagt das Luigi? Wat? War das überhaupt ein Pokémon so aus wie Stitch? Ein Pokémon. Luigi? Luigi! Was? Ey, kommt das... Entweder ist das wirklich fake oder die haben wirklich null Ahnung. Dann ist es nachvollziehbar, aber alter. Oh, no. No! There's a lot to see in this life. Now, I'm wasting it here. Wie geht die Tür auf, Alter? I was just wondering if you wanted to hang out with me and smoke a... And will I bet this with diet soda and play Burnout Revenge for the PS2? Can we, can we, yeah? I really want to play. Was für die Piss. Ich spiele gerade die Wario-Spiele. Habe ich nie gespielt, habe ich damals total verpasst. Bin gerade dabei den ersten durchzuspielen. Dann geht es mit dem zweiten weiter, dann mit dem dritten und dann mit dem vierten. Jetzt habe ich alle original geliegen. I guess that's it. Hold on, I have an idea. I win, I win, oh yeah, haha. Oh, that's Luigi Luigi. Luigi? Woah! Oh nein! Was soll er? Oh nein! Nein, 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 nein! Let's go! Yeah! Gotta say, good thinking Mario. Now those assholes can't get us. Stop breaking the law! Oh! Oh, come on! Was geht ja? Warum lassen die mich Luigi ja einfach eine Attacke einsetzen? I'll be the judge of that. Hiya! Was passiert hier eigentlich, Alter? Na, wie sind die Knochen noch da? Aber gut, dass die Switch hält, Alter! So stabil ist die nun auch wieder ne... Oh! Hättest du nicht anmachen dürfen, dann hätte es geklappt. Oh, hattest du jetzt falsche Kamera? Kann ich gewinnen? Also, ich schwu noch mal kurz zurück. Bis dahin und dann... Genau. Falls ich die falsche Kamera gerade anhatte. Kann ich gewinnen? Die flüchten auf Luigi ja? Und er guckt weiter Memes. Ganz normal. Wieso setzen Pokémon also Attacken ein? Verstehe? Ich bin ein. Boah! Now, we can continue! Was ist... Oh, Gott! Da kriegt... Mein Gott, da kriegt man ja Angst bei den Figuren, Alter! Er ist Luigi, ja. Und braucht eine Pistole? Na gut, wenn die genauso... Ich wollte gerade sagen, wenn die genauso großes wie herkommt, noch riesengroß im... Falls sie schießt noch los. Voll verzögert. Alter, die Waffe hat leckst. Zu hohen Ping. Oh mein Gott, das sieht falsch aus. Also so gesehen rettet Mario gerade. Ja, vor allem wie lange er schon schießt und es bringt halt nichts. Das ist genauso wie bei klassischen Filmen oder so, wenn ein Panzer auf einen zufährt und jetzt nur versuchen mit der Pistole draufzuschießen die ganze Zeit. Oh, es klappt nicht. Na ach, was? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich klappt. Wenn du beim Panzer vorne ins Rohr reinschießt, dann explodiert. Ich glaube, wenn die Munitionen, also die Patronen, wie nennt man das beim Panzer? Die Granate? Panzergranate? Keine Ahnung. Die da vorne reinsteckt? Rakete? Ich weiß es echt nicht. Wenn die schon in dem Rohr steckt und man drauf schießt, dann könnte es wahrscheinlich explodieren, oder? Okay. I'm not gonna throw poop! Ten years? This is the kind of stuff we've been dealing with for 10 years. Yeah. We're the poor fucking one. There's something involved in here. Let me tell you something. Ah! 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 Juhu, nur herkriegt aus dem Maul. Oh oh. Ey, ja, da kann eigentlich von Glück reden, dass es Geisel war. Ach, jetzt ist der Komplize, ich freu ihn, was noch der Geisel ist. Na, wie alt ist Mario eigentlich? Gut, man müsste ja bloß von allererstes Spiel zurückrechnen, ne? Weiß man, wie alt Mario eigentlich sein soll? Ne, in dem Spiel war er kein Kind mehr, er war ja kein Baby, er war erwachsen. Man müsste dann von Yoshi einen zurückrechnen, da war er ja ein Baby. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Outro